Einen Clip erweitern. Camtasia spricht auch von Frames erweitern. Mein Name ist Pierre Milener. Ich habe hier einen Clip und hier das Logo von Camtasia. Wie lange dieses Logo gezeigt wird, das bestimme ich. Ich kann das hier in die Länge zupfen. Dann wird es auch so lange angezeigt. Aber bei Filmen, und das hier unten ist ja eine Filmaufnahme, wie geht das? Ich stelle hier die Abspielnadel an den Schluss meines Frames. Ich mache einen Rechtsklick und sage nun hier einfach Frame erweitern und bestimme hier mit diesen Pfeiltasten, wie viele Sekunden denn dazukommen sollen. Klicke auf OK und jetzt habe ich hier nochmals Text, genau das von vorhin, einfach erweitert. Natürlich gesprochen wird im Moment nichts, aber ich könnte jetzt ja noch eine Aufnahme einspielen oder ein Bild einfügen. Das war's. André.